Oh, herrlich, pass auf, jetzt siehst du dich da drüben. Schau mal, hier drüben. Hier siehst du es, guck. Hier da drüben, siehst du dich, siehst du dich nicht? Oh, herrlich, in der Filharmonika. Schau mal, das Tui zeigt. Oh, herrlich. Ein Quatsch ist das, jedes Jahr das gleiche, Matthias, ich weiß. Für 800 Millionen Euro könnte das Bild ein bisschen schärfer sein. Da hast du recht, oder? Dann könnten sie glatt sein, oder? Nee, ich will auch noch nicht, letztes Jahr. Aber lass mal drinnen. Ich habe eine schöne Platte mal in England, das ist ja ein Highlight. Du warst ja vor, dass sie es jetzt nicht sind. Gleiche, goodbye. So, wo ist jetzt der Michel?